hallo meine freunde und herzlich willkommen ich darf euch begrüßen ich wünsche euch einen wundervollen prachtvollen tag ich hoffe es geht euch gut und ich hoffe ihr hattet eine geile woche und jetzt ein geiles wochenende heute gibt es warwick ja ich habe mir so gedacht was machen wir denn heute so und ja keine ahnung da habe ich mir doch ja warum eigentlich nicht war eigentlich wollte ich was in der mittel spielen ich wurde aber geautofillt im jungle und deswegen spielen wir heute ja vielleicht ein bisschen autismus lastig war ich mir gedacht war ich hatte ein ganz gutes set mit seiner blutspur vielleicht ist es unser ziel dass sie immer der blut woher spüre blut auch gott in der mitte schon dass wir da so ein bisschen ja blut gesteuert sind aber ich kann ja jetzt nicht denken gehen oder kann ich kann ich kann ich muss denken spüre geht es auch hier unten lang oder nur darum ja so ein bisschen wir können vielleicht noch mal eben hier so ein camp machen ich könnte darüber vielleicht habe ich habe ich bräuchte meinen vier oder so hat sie noch flash ich weiß es nicht scheiß ich sterbe und entwürfen ich probiere es ich probiere es ja okay ich bin tot ja okay aber vielleicht vielleicht ist ja war nur auf trade leute war nur auf trade also ja klar sie hat fast blatt bekommen aber sie ist tot vielleicht kaufen uns erst mal das jungleitung fertig hier zack ich habe mir überlegt wir bauen tier mart und so wir müssen gucken machen wir ja wir nehmen mal den vier mit der hätte mir gerade auf jeden fall ordentlich golfen ich würde sagen ich bin ich auf jeden fall schon wieder heiße spur wir machen im red buff kommt ja bitte sei da bitte sei da sehr gut dann hätte sein können das hacker in den macht wäre er smart gewesen ist ja nicht aber wäre er wir machen mal hier zack ein bisschen viel wir haben ja auch zwei zacks meinten wir den dann greifen nämlich schneller an zack 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 so wo geht die spur her nach unten ich dachte oben sie schon wieder muss jagen her nach oben nein ich werde verwirrt ok bin unterwegs muss jagen 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 steht ok ich denke das hell er den gekillt her wo jetzt nach oben oder was auch leute nicht mache jetzt torti kommt schon kommt schon kommt schon ok den haben wir ok wir müssen auch zusätzlich so ein bisschen wenigstens was mitnehmen weil die können ja nicht hier die kloppen einfach alle die ganze zeit jetzt nach oben aber der ist am turm also vielleicht ist ja der andere torti noch da den muss ich als gebührenzahlung den nein er wie ist der gestorben woran like woran ist er gestorben ok lol hey der torti ist auch noch da was macht denn hacker ihm eigentlich oder ist er nicht da doch das noch guter gut abend leider seitdem könnten wir eigentlich somit hier sie uns somit 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 muss ja 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 ich hab muss jagen ich hätte bock aber irgendwie das ding ist man ich sterbe jetzt groß gemacht aber eigentlich ausgegessen so sehr gut hier können wir vielleicht können wir können wir können wir drach ist da was das für ein drache auch schon direkt ja vielleicht naja vielleicht gleich sehr grümmt da können bis nicht da ich spüre schon wieder was das ist mein tod vielleicht klappt das aber ja wir machen mal den hier würde ich sagen und wir kaufen gleich mal was wäre auch nicht schlecht vielleicht schuhe ist sie noch da ich spüre ich rieche ein brathähnchen sie ist noch da ich hätte lust ich würde würde hashtag würde ich muss es ist meine bestimmung da rein zu gehen ich muss ich hab's versucht ich hab's jetzt können wir nein 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 mach was mach was mach was das was man so macht macht das was und so macht macht was der mensch macht dinge ja gut 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 ist bis ja hätte doch macht kill 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 naja ist okay also okay so jetzt habe ich schon mal machete wir kaufen sie rote oder tiermacht vielleicht tiermacht erst mal listen to me it's my blood it's wie sagt man so brodeln it's brodeling stop it ding leute ich die 1 2 also in sie sieht anders aus so ab wem max macht glaube ich nicht mehr so viel sinn oder ich meine klar wir haben schnell aber wurde das nicht mal irgendwie gechange dass es nicht mehr so starke komm aber klein komme was wolle ich habe leider keine schuhe aber ich habe ein tiermacht das muss auch für was gut sein da wir brauchen wem mehr punkte ich weiß nicht warum ich wollte eigentlich konkurren mit dem hat nicht ganz geklappt aufgefressen maximales ads ist es ads oder autismus ich weiß es nicht okay vielleicht können wir red davon jetzt wo wir mal kurz uns beruhigen was sagt ich der beste war schon ein paar coole skins oder ich glaube wir packen die punkte ins weh dann laufen wir schnell das doch cool oder kaufen jetzt gleich noch ein paar schuhe schnelle schöne schuhe meinten hier schön den waff weg holen uns unseren barf vielleicht auch trägt aber trägt dauert so lange gar kein bock ja press der tech scheiße ich wollte eigentlich konkurren haben aber näher press der tech kann ich ja mit meiner und auch drauf man ist vielleicht gar nicht so mein presser ticket son hit vielleicht gar nicht so glaube press der tech ist auch ziemlich cool aber konkurrenz cooler weil wir uns mehr heilen aber na gut und weil es der mensch machen aber bei press der tech mal auf dem so lassen wir eben machete kaufen wir machen einen grump und dann machen wir machete und schuhe würde ich sagen na das Problem wird gepinkt aber ich kann ich kann nicht so lange so lange ich nichts muss jagen hier hier muss jagen komplett gestört ich weiß leute aber ich weiß wegen sie sich komplett gestört und das ja auch wenn man selber weiß ist okay also nicht wenn man gestört ist aber es nicht weiß ist nicht okay glaube ich aber ich weiß es dann ist es ja ein fein oder nicht so so welche schuhe welche anderen items mercury boots vielleicht naja die haben so 4 cc haben sie jetzt auch nicht naja vielleicht einfach schnelle schuhe oder attack speed macht es nicht sinn nehmen machen wir einfach schnell wäschen ne ich will mehr ulten cdr cdr ist bestimmt mal cool mehr ulten gleich mehr ulten hcd wir kaufen einfach gar keine schuhe was für ein jungleiter ich glaube wir machen die on hit oder ist auch nicht cool so mehr dinge das ist vielleicht auch nett ich spüre schon wieder was botland ich wollte eigentlich red buff aber ich kann nicht widerstehen ich habe leider noch keine ultimate aber bin unterwegs muss ich spüre ich kann nicht widerstehen die frage ist werde ich sterben die antwort ist die antwort ist wieso ist es nicht so schlimm sind die mache ich schneller größer langsamer jetzt haben wir punkt in der w jetzt sind wir noch schneller was wo wo das da das ist doch kein fleisch das kann ich doch nicht essen na gut scheiß hat eigentlich kerosin in den adern war dann okay wir haben wieder ultimate ist ganz cool ich glaube wir fahren mal eine lane wenn die das nicht machen dann mache ich das halt meine oh da ist ne akali leute ich wäre wir könnten die zusammen sandwichen ich wäre bereit was ja ne ich wollte eh weg und jetzt laufen 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 ja keine ahnung zwar ich weiß nicht ob das jungleiter so gut ist ich meine es ist auch ein hit und es ist cool aber hätten wir uns alle dagegen gesträubt und sie bekämpft hätte das geklappt aber da muss ja irgendjemand bank porten es real ich bin besser als ich gebäck okay wir haben leider kein geld für unser skirmischer saber aber das kriegst du wieder sie ist auf der kriegst du wieder liste mir fehlen noch 60 gold warte ich das boah das ding ist schon ein gutes upgrade na ja das warten wir leute in der zeit können wir ein bisschen gucken so was so geht tank design mucho interesting tank gameplay gegen tank gameplay ist immer richtig ich mein set ist so ein bruiser tank aber mega interessantes gameplay auf der top lane right der botlen ja 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 ihr wisst schon dass brans und aue ist ja beziehungsweise nebeneinander fliegt so scheiße ich habe ich bin zu schnell raus gelaufen weil ich zu schnell allerdings bin so wo spielen wir was botlen schon wieder immer die botlen immer die war aber der ist gut so wir machen jetzt einmal redbar falls er überhaupt noch da ist das bezweifle ich nämlich dran bisschen aber man weiß denn nicht ich weiß noch nicht welche schuhe ich kaufen soll vielleicht merkerys wegen akali und damit brand mich nicht so lang stand aber auch ist noch da sehr gut den können wir uns wir haben noch eine wir kommen botlen mittelengleich hab bock habe lust kommen die wird ja die geht nicht weg die will ja vielleicht geht sie weg ja ich weiß nicht auch steht auch steht auch steht ich komme ich komme kaiser käse ok aber vielleicht können wir sie trotzdem noch töten wir brauchen aber ultime hat sie noch ihre wabbel ist die frage hier jinn ist auch noch da und der vision weiß man nicht jetzt hier oder nicht die frage ich hole sie mir ich lebe noch ein team was macht ja leute 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 beweger tank ja ich mach das was ich mach so was kaufen wir denn jetzt also ein bisschen dann gehen wir vielleicht ja man ich hatte voll den guten plan ich wollte eigentlich so einen schönen konkurrentes dance war weg spielen aber ja was haben die denn ad und naja wir kaufen dass meine rüstung kauft weil ich kann mir nichts anders kaufen gerade ich hätte gerne mehr cdr das wäre cool mehr ultimates das wäre richtig cool das wäre richtig ein pferdemann ok wir holen uns erst mal ein bluboff dann haben wir auch wieder dann haben wir auch wieder zack das ist leider weg botland stirbt was aber so halb und halb anscheinend so wo können wir ich habe immer noch im deal offen mit der karl käse karl ich komme bin unterwegs da und da und da und da und da und da und da ich komme ich habe doch gesagt da und da warum ich sag das doch nicht aus spaß ja ich bin nicht schnell genug obwohl ich am used to be schnell kommt 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 ein used to be schnell leute sie feiert mich noch mal bestimmt oder hey ja why are you doing this dude you just die to her Ja, ich meine Nimm ich Flame Aber selbe als wir sterben Ist so Ne, 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 ne Ach man Akali ist halt schon Powerful Super broken Ich hab halt keinen Agile Sense Yes, I caught a misplay Yeah, same Kacke Ja gut Okay, Leute Passt Alles gut Alles im Dill Vielleicht holen wir uns erstmal in den Blue Buff Ähm Naja, ich mein fucking Inting Ich bin 55644 Ich seh da keine Differenz Ehrlich gesagt Okay, vielleicht hab ich geintet Aber dafür hab ich vorher gut gespielt Ich spiel die ganze Zeit durchschnittlich Ich finde Wenn man im Durchschnitt durchschnittlich spielt Sollte das fein sein oder nicht Vielleicht gehen wir mal Top Lane Aber boah, ey Das ist ein Ich geh erstmal Ich geh erstmal Blue Buff Boah, wie langsam ich bin Bin ich nicht ein Hund? I'm used to be fast Komm schon Den muss man immer schön schnell runterschmeißen Weil man dann mehr Attack Speed bekommt Bam 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 Okay, ich komm Top Lane Ich rieche ihn zwar nicht Aber vielleicht schmeckt der ja Go, go, go Oh, go, go, go Oh, go, go, go Go, 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 go Du musst mir helfen Musst helfen ja entfernt extrem pferde 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 lust auch fährt naja passt ja hier dein ernst why you sell the dog dein ernst er ist sogar doggy style ok was für schule ich brauche jetzt erstmal magiere es gegen akali leute ich glaube ein schwitzend wäre ganz nett oder schwitzend wäre glaube ich cool wie war es war die ich hätte das pferd der zwölf mal gekillt pro sekunde ich habe das schon solo fast geschafft also mit seiner hilfe werde ich das auch fünf mal geschafft pro sekunde auch leute 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 jetzt pink und danach verkauft ihr mich wieder oder wie von sie das spiel ich komme bin unterwegs soll jetzt wenn ich das zu fragte wie die spüren das oder dass ich die schnüffel oder merken wir es nicht glaube schon ich weiß es aber auch nicht genau so sehr sehr schön wie viel level der geriem ist level elf okay vielleicht müssen wir mal ich komme ich komme ich komme ich komme ich komme ja jetzt sagt sie den hole ich mir jetzt sie hat keine unsichtbarkeit mehr dich hole ich mir jetzt ich bin schnell ich werde dich jagen bis du stirbst mache ich mache ich mache ich total so das ding ist ihr könnt der hackerin wieder kommen könnte könnte aber ich habe ultimate ich habe ultimate okay ich glaube wir machen mal kurze ich muss top lane top lane top lane top lane ich spür's aber vielleicht snacken wir noch nicht glaubt ob ich es einfach ich komme ich komme jetzt mach und mach alles was was und hier zack 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 und jetzt haben wir sind noch ein pferdmann so jetzt sind wir schon der will 9 wir müssen mehr xp aufholen muss auf nein jaja schütte tue 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 t disto 8 jfz fällt schon morgens . Dingen doch aussort BÜNDNIS 90 schon doch mit irgendwas man immer dieses trails wenn ich Spaß編 kann nicht was Feuer govern die wir gehen vorn Alzheimer und erdrick dem brauche ich den brauche ich leute den will ich noch einen punkt in die those PRU einen schön schön bis habe ich einen gegen punkt und die egoistage Marshm ryrane tot. So, Leute, ich mach. Oh, da ist noch einer. Hey, lol, die leben. Ich bin unterwegs. Bin unterwegs, bin unterwegs. Lass mich durch, lass mich durch, ich bin Arzt. Ja, okay, nee, ich tue einfach nicht. Der darf mich nur nicht stunnen, aber der stunnt mich jetzt, oder? Stunt er mich? Ich hab noch... Ich kann noch snacken. Snacken die Snacken. Snacken. Snacken die Snacken. Ich hätte noch Bock auf ihn. Oh, die haben... Jetzt haben die den dran gemacht. Ach, come on. Ich kann fieren. Ich kann fieren. Ich kann fieren. Kommt her. Come at me, bro. War ich das? So strong. Ich glaub, das liegt am Pferdebonus, weil ich so unglaublich geilen Hunger auf Pferde hab. Ich hab leider keinen Mana mehr, sonst will ich den auch noch gönnen. Ja, wir nehmen aber die Minus. Vielleicht bleibt der hier, aber ich glaub nicht. So, okay. Ja, die nehmen wir auch noch mit. Ich könnte auch noch... Ne, wir gehen erstmal shoppen, weil ich wollte sagen, wir können auch Blue machen, aber wir machen erstmal hier Shopee die Shop Shop. Gibt's auch irgendwie Onnit Damage Onnit? Items sind voll cool auf auf dem Champ. Ne, Schwitz End hat ja Onnit, das ist ganz nett. Na, wir machen jetzt mal Ulten, machen wir Onnit. So, vielleicht noch was mit CTR und Onnit. Nachschoss Zahn oder so. Wir machen jetzt erstmal... Mercury Boots. Also, wir weniger CZ ist schon cool. Holen uns Blue Buff und dann gucken wir mal, was wir machen. Was ist denn Onnit? Runen King vielleicht noch, aber... Ja, hm, ja, vielleicht, hm, ich weiß nicht. Ja, dann können wir auch besser Chasen und so. Ja, vielleicht. Aber dann, ja, hm, 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 ja, ich weiß noch nicht. So, erst mal den Blue Buff. Ganz kurz, ganz ruhig. Was ist das hier für ein Kreis? Was ist das? Was ist das für ein Kreis? Das... Ah, das ist, glaube ich, wie weit ich springen? Weiter kann ich nicht springen? What the fuck? Weiter geht es nicht? Ja, lol. Kann man sich... Ah, ich weiß nicht. Ich muss respektvoll... Ich hole mir jetzt den da unten. Der schmeckt bestimmt auch gut. Wie weit geht das? Wahrscheinlich geht das woanders hin, oder? Oh, es hat nicht den da unten gechastet. Oh, wirklich? Wir suchten sich das aus. Wahrscheinlich den nächsten, oder? Oh, haaaah. Muss essen, muss... Ja. Nice. So, jetzt haben wir A-W durch gemerkt. Sehr gut. So, ich komme in die Mitte. Ich bin stark. Ich bin strong. Ich habe Hunger. Hab Hunger, hab Hunger, hab Hunger. Scheiße, ich habe meine E-E schon an. Bisschen früh. Bisschen früh. Pferdesprung Okay Shit Ja schnell was soll man da machen Leute Broken Champ Oh er ist noch da der Pferdemann Ich hab Bock Pferde Schön Leute ich bin Ich bin Turbo Strong Warwick ist ja voll broken Oder liegt das dran dass ich so ein guter Spieler bin Könnte sein Könnte sein So Bats 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 Aber das ist aber nur der Typ Vielleicht der Blue Bob da Den würde ich mir gönnen Guck mal jetzt in der Level 12 Beide So schnell kann sich das Blatt wenden Oder Set Da habe ich auch ein bisschen Bock drauf Nice Ich heile mich auch voll gut Ich mache halt nicht so viel Damage Mit jeder Tag Aber dafür halt oft schnell Also oder so ähnlich So ich komme mit der Bock Wenn ich das jetzt anmache Wen chase ich denn dann Das sind aber drei Ich habe keine Ultimate Vielleicht warten wir noch kurz Außerdem rieche ich ja nichts Scheiße ich habe meinen vier schon an Heile mich Heile mich Heile mich Oh mein Gott Ich heile mich Oh mein Gott Ich heile mich Nicht schießen Oh shit Mist ich wollte mich queuen Okay aber wir haben wieder Geld Viel Geld Das kaufen wir Irgendwas mit Onnit Oder keine Ahnung Oder wir machen Spirit Visage Also das wäre cool Dann heilen wir uns noch mehr Wäre vielleicht ein bisschen tanky Komm Was machen wir damit Aber ich will nicht so viel tanky Missbauen Bilder ist schon fein zum heilen Aber Wie viel kostet der Bums 1,6 Ja guck mal Das kriegen wir vielleicht sogar noch zusammen Wenn ihr irgendwen Tötet Wie wert ist Drache Drache Ich wollte eine Airdrache haben Ja Leute Guck mal Was ist jetzt mit euch Guys Now you int Me Dog Leute was jetzt Hä Jetzt seid ihr am inten Allesamt Und ich bin der Gute So schnell dreht sich das Blatt Und was jetzt Hä Soll ich euch jetzt flame Hä Hä Guck mal Das ist League Leute Na Well you int the first in this fight Now you int And me good So richtig Na ihr müsstet ihr schreiben Wie so ein retard Das ist immer wichtig Das ist immer die erste Regel So Da ist ein Wort Das machen wir weg Oder das kann Lux wegmachen Ich meine Wofür wird die Bitter Snack Mach doch mal Das Wort weg So Schön Schön Wir brauchen mehr coolen auf Ult Ich habe zu wenig coolen Das dauert zu lange Wir brauchen eben Wie so Trinity oder so Macht Trinity nicht auch Oh nicht Durch 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 Schienen Vielleicht Vielleicht ist es genau Der ohne den wir brauchen Slash Links Rechts Links Links Rechts Oh das ist was da ist Was da ist Was ich weiß aber nicht Ob ich das will Ich weiß nicht ob ich das will Ja ne ist gut Ist ok So Schön Schön auch hier Leute in Erdrache Komm Get Ich habe keine Ult Ich meine wie der schon wohl nicht in die Hose geht oder Der kann gar nichts Das ist wie jucken Das juckt Maxim Oh nein Der klaut Der klaut Ich musste ihn weg machen Weil der Der hat ja kein Ultime Der kommt an das ich rein Jetzt macht fertig Macht Ja oder tötet ihn Oder macht fertig Oder tötet ihn Oder macht doch mal jetzt Irgendwas Ja Schön So machen wir mal ins bild visage fertig Und Ja ich glaube dann gehen wir jetzt wie viel kostet 600 800 800 mal minus 1000 mal Keine ahnung Ähm Schienen brauchen wir noch ein bisschen So dann kaufen wir nämlich jetzt schienen oder kaufen wir erst das ding macht das auch Und nicht oder so nö Aber ich glaube wir kommen trotzdem näher wir machen schienen erst So machen wir jetzt schön jetzt hier oder Ich glaube trinity wo bin ich denn warum bin ich hier unten So wo spielen wir was da ist ein red buff den spüre ich erstmal B capsule Must kill kill Shit 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 Aber ich mach hier 4 Oh sie hat getroffen ok warten wir mal beruhigen und wir werden uns auch wir haben gleich stehen fertig wie kostet 700 700 700 ok cool light genutig das ist ein blumen blue schien da kommt er auf 30 prozent cdr sag Zack, zack Warwick, wenn man den mal vergleicht zu damals Damals war Warwick wirklich richtig retarded So, guck mal Jetzt gehen wir schön shoppen Und dann haben wir schön 30% Ja, geile Meile Jetzt trennt zwar noch eine Milliarde Vielleicht sollen wir mal AP Warwick schwer Heilt sich AP Warwick mehr als AD Warwick? Unreleased, deals, damage Attablies, heals, 90% Ja, cool, 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 cool Hat aber auch ein AD Scaling So, okay, wo jagen wir? Akali ist die Schlimmste Aber der da unten ist Frischfleisch Agent Karel Ich bin hier in der Nähe Oder Toplane, Toplane ist free Toplane ist viel dran Oh, hier ist ein Pferdemann Der Pferde, der arschgebürtige Pferdemann Ich bin da, ich bin da, ich bin da Na, okay, dann gehen wir in Toplane Also das ist das nächste Ziel, wird gehandelt Ist das richtig? Also jetzt hante ich ihn Auch wenn ich ihn nicht sehe, wir probieren es aus Ich rieche was, ich höre was, ich rieche was Wo ist er? Wo ist er? Was ist das? Hä, hier? Da ist er Ich hab ihn gespürt Da muss ich nicht mehr Ulten, glaube ich Oder? Aufgefressen Schön 60 Sekunden auf Ult Wir brauchen jetzt alle Erddraht Dann bin ich ein bisschen Ach so ein Schwitzend Oh, guck mal Wir können sogar Watts töten Broken ja ohne und mache ich halt gar nix na wir gehen vielleicht ja mein bluboff wieder da könnte ja mal kurz gucken gern ja bockmann bluboff aber die barbe die barbe die grump mein grub ist auch da schön gleich kommt gleich wieder da mein set dann können wir den neuen wiederholen nein sette ich bin unterwegs bin unterwegs bin unterwegs schwere was schwere was ich weiß nicht ob ich das machen will ich bin raus leider steht ich bin tot ich flash ich hab gleich und ich hab gleich und ich hab gleich und ich hab gleich und ich hab gleich jetzt ist es so ein scheiß dreck aber auch leute könnt ihr auf uns finden da ist wie kann ich mein team am besten motivieren die leute können wir wir haben zu viele articles und so wenige smarte spiele oder so jahr käse 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 geht vielleicht verkaufen wir auch gut job käse kaiser schreiben wir da aber den den snack ich gleich snacken stein man das war so knapp die haben auch keine reduce zum glück oder ja okay die haben als zweimal ingenheit so erdrache leute erdrache erdrache der macht mich ein bisschen tankiger bringt glaube ich bei mir nicht so viel weil ich nicht mal rüstung habe ich könnte mir eisbohren kaufen der auch cool aber ich wollte ja naja gut hat cdr rüstung vielleicht aber ne macht nicht so wie der menschen ich will ja auch der menschen gut okay drache wie lange dreißige dann können wir mit dem grom snacken negative snack links rechts rechts links vorne rückwärts da können wir uns hier mal schön paar snack lebs lebsen ja kudo baro nero udo okay die drache drei sterben nicht ich komme ich komme ich komme ich bin unterwegs ich spüre was ich spüre was ich spüre was aufgegessen 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 und den ist auf 100 da bin ich ausgeleitet lassen wir drachen machen drache 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 ich will tanki werden also ein bisschen damit ich halt nicht so schnell explodieren außerdem naja wäre es besser wenn wir die haben anstatt die gegner ich habe zweit macht 800 was war das weiß ihr fitter hit oder was bruder 2000 millionen damit auch wir haben schuld die mal jetzt schild die eisbohren eisbohren macht kein damage 263 80 ja ich komme mir schon nicht jetzt ein bisschen scharf vielleicht naja ok akalis bot lane und jetzt kein telewort also wir könnten machen leute danke must kill ich bin der grenzwolf ich warte ja ok ich gehe top das ja blöde wie sind wir kalibot land ich weiß nicht leute ich habe 18 kills wo mich die denn her seit wann seit wo seit wie seit wann seit wo soll ich bin turbo pet oberfett auf die auch schnell laufen bin jetzt nur angreifen oder wenn der loss läuft dann schneller zu dem ne ich mache 850 wof einfach solo machen ich dachte ich wäre schnell ich hab doch weh an gemacht wieso bin ich nicht schnell muss ich sie sehen und aufgesenkt komplett gestört ich weiß müssen wir nicht sagen aber muss auch mal sein leute ihr müsst eure gefühle auch immer freien laufen lassen das ding ist ich bin zwar gestört aber geil geil und gestört also ich meine ich kann das aber auch abschalten ich bin nicht nur gestört ich kann sagen ich kann gestört ich kann aber auch mit euch über politik reden zum beispiel ja die wahl dann dass der usa dass die immer debatten machen müssen während die gegeneinander torten bitten oder beiden oder wie man ihn nennt bitten wahrscheinlich gegen trump verrückt total verrückt da können wir wir haben jetzt was machen wir jetzt leute wir sagen jetzt überhaupt so ein bisschen level 16 ist voll turbo strong und spielte niemand findet er kann halt nicht so gut in gaten später weil er wenn er ein ja gut mehr hasen wenn er ein springer wird sie monat 10 ist das schon reingerechnet mit meinem dings oder was immer 10 ist turbo viel plus 167 prozent magic ad der mensch ok 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 hier einer ist und spüre ich den oder was ich mache es jetzt einfach an setzte jinn gehandelt oder wer oh ja jinn 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 ne brand must confess bin woher hat er aber bock hätte noch bock hätte noch bock leute was machen wir denn wo ist das team können wir mal so spielen wie ein team warum sind fehlen immer alle jeder irgendwie so was brauchen wir ich glaube mehr leipzig wäre cooler gibt es noch ein cooleres vielleicht und king bei room king also tier macht es nett für wald gemacht hat und hit dann mache ich die ganze zeit und hit hier diese acht prozent tage things damage wäre turbo geil aber leider überhaupt kein geld müssen wir noch warten oder heid heid war es nett hätten wir sogar schon bar handy können wir nicht aber voll der bug gut gut mein red buff ist da den könnten wir gleich holen voll lang die runde haben was habe ich für ruhen fährt mich das hier geil 5k ja moin fünfe hier längere du es to one third for abilities abilities for aoe abilities gut ok gut 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 so ich gehe los zu meinem red bar vielleicht kriegen wir den noch drache kommt auch gleich er dritter sieht man wie viel rüstung oder so ich dadurch habe 17 ist es richtig ich habe sechs glaube ich in den runen also 11 plus elf durch zwei drachen ja naja das deck natürlich das wird natürlich stärker wenn man rüstung kaufen würde dabei magier ist es bestimmt deutlich mehr eine 120 120 so drache kommt gleich die frage ist da macht man nicht rost nein 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 ich wollte das so ja ich bin raus relay okay aber in meinem leben ich habe nicht so viel cooler und 45 nur nur 45 das ist guter den und glaub deswegen könnte man auch wo ich vielleicht spielen oder so was weil der so ein links hat hätte kaiser überleben ja neck 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 mit einem weiß weggeweist muss beißen kannst du nicht entkommen ich bin schnell wieso bin ich nicht so schlecht am just to be schnell bin doch der schnell wolf schnell wolf ich glaube ich habe noch gestorben wieso ist dieser schnell und ich bin doch wo ich okay cool war gestört ich weiß aber vielleicht hat es euch trotzdem gefallen muss ja auch mal sein oder nicht wir können mal kurz noch der mit checken schräge die track schräge die checken jetzt passiert nichts ja schräge die check ich hoffe es hat euch gefallen ich hoffe es war schön ich hoffe es war toll ja viel ich wünsche euch einen wunderschönen tag und schönes wochenende alles und so weiter und auf wiedersehen bis denn antenne und wir sehen uns was nicht geklappt hat later later was geht okay die haben ja die haben alle geweint ausser sie oder so plus 21 nehme ich an und ja ne war nett war nicht dafür dass wir auch so ein bisschen tanky waren bisschen so auf wiedersehen bis dann und tschüss later